Hallo und herzlich willkommen zurück zum GTA San Andreas Singleplayer. So, beim letzten Mal hatte ich ja schon erzählt, dass die Denise, äh, das war das jetzt, dass der Fortschrittsbalken bei der Denise immer weiter runter geht. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wenn sie jetzt endlich mal zu Hause sein sollte, werde ich mal was mit der unternehmen. So, drehen. Wah. Wieso ist sie schon wieder nicht zu Hause? Na, toll. Dann wollen wir nochmal eben zu OG Locke weiter. Mal gucken, was der jetzt wieder für den Auftrag für uns hat. Müsste für OG eigentlich auch der letzte sein. Wenn ich mal so auf meine Liste gucke. Tup-di-du. Leute, stellt euch das nicht immer am Weg rum. Hüiih. Hüiih. What the fuck? Na toll, Auto kaputt gemacht. Wo kriege ich jetzt was Neues her? Na toll, jetzt laufen hier auch mal wieder Ballers rum, ey. Ach ja. Machen wir mal den hier. Der steht hier gerade so in der Gegend rum. Den Elegant. Sprengt mir noch näher, was ich fürs Auto. So. Da vorne ist der Burgershot. Get your ass. Hey, fuck you, man. And I don't care what you heard, I ain't nobody's ass technician, bitch. Hey, hey, what's up, Low? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get home. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those cells room-bastig fantastic. Alright. So what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles. The voice of the family is like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Oh, man. Ich glaube, der hat als Kind zu oft mit dem Klodeckel auf den Kopf gekriegt. Also, der ist doch wirklich ein bisschen mehr Schugge. So. Mal eben schnell zum Friseur, wenn er das gerne möchte. Oh, like Kip-Lam and everything. Ehe, für eine scheiß Frisur. Blondes Haar... Äh, gibt Pinkfarben? Wie sieht das denn aus? Ich glaube, ich muss brechen. Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Oh, das ist annehmbar. Oh, 400 Dollar ist ein bisschen übertrieben. Naja, wir haben es ja. Ich habe ja noch wieder ein bisschen Geld eingesammelt von den, ja, Gebieten, die ich, äh, bis jetzt eingenommen habe. Gibt ja auch ordentlich Kohle. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie kriegt, mich zu killen. So, dann wollen wir doch mal zu Uji Lopes an der Hausparty. Ach ja. Immer diese langen Wege. Da. Meine Fresse, ey. Haben die keine Augen im Kopf? Wie soll ich denn da auch mit dem Fortschritt vorankommen, wenn die ständig nicht da ist? Das verstehe ich mich nicht. Das hört doch auf, um mich zu schießen. Da haben wir Oji Lopes. Crip. Kommt zwischen 20 und 6 Uhr wieder. Okay. Dann fahre ich mal eben bei der Denise rum. So. Die ist schon wieder nicht zu Hause. Wie soll ich denn die erreichen, wenn sie ständig nicht da ist? Oh Mann, ey. Hm, hm, hm. Ich weiß auch gar nicht, wann die wiederkommt. Ich glaube, ich sollte mal gucken, von in welchen Zeiten die da ist. Hätte natürlich sein, dass sie um 3 Uhr wiederkommt und dann auf einmal das Auto spawnt. Schade, leider nicht. Aber wie gesagt, wie soll man die denn... Wie soll man die denn erreichen, wenn sie nicht da ist? Na. So, da ich jetzt auf die Hausparty warte... Kann ich ja mal gucken, ob ich hier eventuell noch so einen kleinen Bandenkrieg anzetteln kann. Ob ich hier irgendwie auf ein Gebäude draufkomme. Weil ich sowas gerne von Gebäuden aus mache. Das könnte funktionieren. Und hier... Die Treppe hochläuft. Wie gesagt, das könnte funktionieren. Nun, hier habe ich genug. Muss ich noch mal so eine Truppe finden. Was ist das möglich? Oh. Na, du besser sie zuhörst. Oops. Ich habe hiero, mein Mann. Ich muss einen Koffer auf dich. Ah, du bist du... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja... So, jetzt habe ich meinen Banden-Krieg. Ah, ich hasse diese Leute, ey. Ach ja... Dup-di-du... Lauf doch nicht alle weg. So, und schnell ein bisschen Doppeln. Ich habe hier doch noch einen gesehen. Oh, Leute, versteckt doch doch nicht hier mal an der Wand. Ach, lass mich in Ruhe. Könnten die da hinten jetzt mal bitte wiederkommen? Wo sind die denn ganz hingelaufen? Och, Mann, ey. Nee, lass mal. Ach, Leute, kommt doch mal wieder. Wir sind die da hinten ganz hingelaufen. Oh, Mann, ey. Ich kann die noch nicht mal sehen. Wie soll ich die dann erschießen? Ach, Mann, ey. Das ist doch scheiße. Halt die Klappe, du blöder Polizist. Könnten die sich mal bitte wieder nach hier bewegen? Ich nehme den anderen. Komme ich den jetzt so auf die Karte? Ach, da hinten sind die ganz hingelaufen. Ich glaube, ich spinne. Hier ging noch irgendwo... Ach, ne, die sind wahrscheinlich hinten in diesen komischen Kanal reingefallen. Leute, hier hin. Komm. Mietz, 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 Mietz. Ach, Leute. Ach ja. Ich brauche Gegner. Ach ja. Ich glaube, ich fahre da gleich einfach mal hin. Ja, die sind da runtergefallen. Oh, da liegt noch eine Kettensäge. Nice. Jetzt reicht's mir hier aber. Wo ist denn der? Berieb. Ach, Mann, ey. Erste Welle überstanden. Bin jetzt schnell wieder auf meine Position. Da kommt jetzt nämlich jetzt die zweite Welle. So, der ist kaputt. Deckung. Jetzt sind die schon wieder da hinten hingelaufen, oder was? Oh, Mann, ey. Wir sollen ihren Hintern hierhin bewegen. Jetzt muss ich da schon wieder hin. Ich glaube, ich werde nicht mehr, ey. Ja. Wow. Da habe ich doch gerade noch einen gesehen. Na, komm. Na, komm. Put, 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 put. So, den habe ich. Also ein bisschen, na, darf ich auch nicht. So, wo sind die denn jetzt schon wieder? Hallo? So, zweite Welle überstanden. Und jetzt wieder da hin. Begebt dich zurück in die Kamm. Ich bin doch nicht geflohen. Hallo? Na, nächste Mal nehme ich mir ein anderes Gebiet. Jetzt schießen die schon wieder auf mich. Und haben noch mal einen Reifen kaputt gemacht. Wie gesagt, nächstes Mal nehme ich mir ein anderes Gebiet vor. Das ist ja wohl absolut Banane. Das ist ja wohl absolut Banane gewesen. Na, dann wollen wir doch mal OG-Loke sein Mic wiederholen. Das ist ja wohl absolut. Das ist ja wohl absolut. Das ist ja wohl, OG. Doch in der Haute, baby. Und ich muss nur das mal auf alle my realen Gangsta niggas. All my Gangsta bitches. Speaking about Gangsta. Speaking of my man's DJ right there. See that... Wodan, Oro! Wodan, Oro! Dr. Motherfuckin' Mic was broke. Hey, hey, what's up, homie? What's up, Robbie? See all the homies in the back, man? Away from this wacky News. Man, I feel you, come on. Alter, Schreiber. Looks like we back them ballers against the wall, huh? Hey CJ, strap up! Scroll Street! What the fuck, was is'n jetzt los hier? Shit, I'll go round up some homes. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Was ist denn jetzt los hier? Ähm, ich hab' das Gefühl, das artet gleich in einer ziemlichen Schießerei aus. Hey, hey, look up! More of them on the bridge! Damn! Hä? What the fuck? Auf was schießt'n der da? What the fuck are they doing? What the fuck are they doing? Come on, cover the alleyway! Move me to the side. Roll on and move! Behind you, CJ! Behind you! What? What? ... Alter, muss ich die Halle alleine plackmachen oder was? Diebelfer! Damn. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Von ihm, die haben doch nichts getroffen, die Vögel. Alter Schwede. So, dann kann ich erstmal speichern gehen. Und dann gleich erstmal neue Rüstung holen, bevor ich den nächsten Teil anfange. So, hier seht ihr übrigens nochmal meine Waffen, die ich gekriegt habe, da ich die Graffitis alle gemacht habe. Und wie gesagt, nach der Schießerei muss ich mich jetzt hier gerade erstmal erholen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und in diesem Sinne, bis der Ende. Tschüss.